Ecke, Tor, so hätten sie es gerne, aber jetzt hat der Gegner den Ball. Ah, ein klasse Doppelpass, ein Zungenschnalzer. Er sucht hier, er geht rein und der Ball ist drin. Was für ein Vorbild. Jetzt macht der Mannschaftskapitän höchstselbst ein Tor. Und ein schönes noch dazu, Manni, also das war ja so, mit der Zunge schnalzen das Ding. Und das ist...